They realize that they don't want you Its a lonely road where the forgotten go where your misery finds its company It's a long way down to the sacred ground where the- Alright, so kommen zu Beiner weiter und Folge Minecraft Barrel Folge 10 oder so, ich hab keine Ahnung Leute, ich hab keine Ahnung wie viel die Folge das jetzt ist und das sieht nicht gut aus warum liegen hier samen ich frage ich dachte du wärst hier gewesen und sich dieses es kann noch sein nein ich meine stream man wollte ich das graf da aber ich habe angst dass wir ich habe auch mitbekommen Prozent auch nicht mehr und so waren auch noch gibt es die spielten konnten beantworten dann wird gespielt und bei einem anderen was er gesagt haben gespielt dann habe ich das erste mal so mit hause gespielt und die haben mit der hat er dann erklärt was man mit dem hause machen kann das können wir tun wenn wir keine kühle finden das könnte ich tun weil mit vier hause fällt glaube ich können ein leder herstellen das könnten wir theoretisch kuchen hallo hasi hallo hunde alles gelettet hallo endermin auch mal eben die töte ich habe hier eine enderperle kann ich fliehen hier ist eine enderperle die habe ich auch sehr schön gemacht ach man vier knochen das ist auch sehr gut das ist super geil weil wir haben nur noch einen halben Stack Brot von eh ursprünglich ja ein Stack bleibt nur noch ein Stack äh halben übrig okay hier ist ja was auch sehr gut ich orientiere mich am Wasser ich bleibe nur am Wasser also ich habe richtig Angst dass ich gleich um die Kaffee stoße ey ey Kumpel ich muss ja weg hier sind drei Stück mit denen möchte ich mich nicht anlögen hast du es gerade gehört was gut hast du es nicht gehört finde ich gut das Ratenkrieg bin in die Luft gegangen aber wenn du es nicht gehört hast dann bedeutet das dass du nicht bei mir bist ja das kann gar nicht sein morgen bist du in der Höhle ja ah Alarm sterbst du schon wieder fast also ich bin wirklich noch mir fehlen nur ein halb Herz aber trotzdem hier sind mir vor allem ganz viele Mons die Lupe und ich bin kein Zucker verdammt hier war ich doch hä ich bin im Kreis gelaufen ach man Leute ob ich hier was wieder zurückfinden werde in meine Höhle ich glaube das nicht gut da ist wieder was hier sorry gehen wir in diese Richtung ich will Zuckerrohr ich brauche dieses Zuckerrohr das zeige ich auch schon eine Dierspitzhacke das kann es nicht sein da habe ich kein Zuckerrohr ich finde man kann kein Zuckerrohr herstellen das wäre das muss das Quid es wäre so viel cooler woher hast du dieses Zuckerrohr ich habe seitdem ich bin einfach schon gefreundet und nicht gegangen ich bin einfach keins ich bin einfach keins ich bin einfach kein Zuckerrohr und ja das ist nicht gut das ist in der Tat nicht gut was ist da drin? Ames Handloch nichts okay einfach nur noch gut du stirbst ich will zu Kuro jetzt habe ich aufgehoben Leute 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das war glaube ich ein Zuckerrohr was ich wo Mika aufgehoben wurde und es ist die Gießband weil niemand hier war Chunk wurde nicht geladen ach du scheiße Alter ich habe oh mein Gott Mika was? du bist so ein Hohrensohn wieso? ich sag's dir gleich also du bist nicht ein Hohrensohn im Sinne dass ich dich hasse sondern du bist einfach ein Opfer sagen wir so du bist einfach ein Opfer ich sag's dir gleich wenn ich bisschen weg bin also ich bin nicht bei der Base keine Angst aber ich sag's dir gleich wenn ich wieder bei meiner Base bin sag ich's dir sag ich was bei mir irgendwas genau nein ich hab dir nichts genommen versprochen ich war nicht bei der Base ich hab deine Base nicht gesehen ehrlich jetzt ja 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 eins drei zwei vier eins ich war nicht bei deiner Base ich war nicht bei deiner Base ich war nicht bei deiner Base oh manu jetzt kauft er mir nicht oh manu drei zwei 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 null ich war nicht bei deiner Base ich war nicht bei deiner Base ich war nicht bei deiner Base ich bin 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 nicht bei deiner Base 4 5 1 5 4 1 5 8 ich glaube die schulen und zwei drei zwei 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 null kann sein dass eine zwei zu viel aber macht die nix so 1 3 4 1 5 da bin ich ja gleich zum glück 1 3 2 4 1 5 und dann in diese richtung genau soll ich auch schon zu meiner Höhle kommen und da gekeulen hatten ihr habt mir wieder sehr geholfen 4 1 5 3 2 2 2 2 2 hier muss es sein da ist es schon ja genau hey John May auja auch geil auja mhm als ob du warst du einer Base rund nein einer Base ich meine Hölle die Hölle ich meine Hölle hölle ach man willst du trotzdem wissen warum du ein Opfer bist ja weil ich den Luftbeiß gemacht habe oder nein das meinte ich eigentlich nicht du hast beim Zuckra abbauen ein Zuckra liegen gelassen und das ist nicht dies und wegen dem weil der Zuckra nicht geladen war und deswegen habe ich die gefunden darfst du meine Kiste jetzt öffnen ne ich war ja hinterher direkt wo er die Kiste ist stimmt alles leider war nur eine Chance äh zwei Chancen haben wir noch da erstes Leben ist weg ja ja alles auch voll umfeld wie viel FFS hast du äh so um die 100 äh ich hab 15 mein Nintendo ist aber scheiße du hast bei mir die ganze Zeit Truppen geleckt ah ja 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 mhm mhm übrigens leider was ich auch nicht gesagt habe wo wir den Spawn gebaut haben kann ich mich in der Nichterfestigung wir mussten gelassen äh dass ich äh ich hab gerade gedacht das ist meine Base und dann sagst du sowas tja tja das hätte ich wohl nicht sagen sollen tja ja ja alles klar da noch zwei Leben das ist nicht gut ich war first blood das ist echt nicht toll mann da hab ich einmal Zuckerrohr gefunden und dann kommst du einfach komm ich und hör dich alles klar wir müssen jetzt ein bisschen verstecken du hast doch keinen Hasen gebracht zum Aufenthalter ja aber nur für Leder und wenn ich keine Kühe finden finde wir müssen uns jetzt schnell irgendwo einbauen Sachen tut es genau selbe kürt wie ich und darauf hoffen dass Mika uns nicht findet dann müssen wir ein bisschen abwarten bis Mika aus unserer Base verschwindet ich hab zum Glück die Koordinaten von meiner Base dann können wir wieder zurückkommen zu meiner Base und unsere Sachen holen und dann umziehen weil ich bin da nicht mehr sicher was auch jetzt scheiße ist wie viel denn hast du jetzt eigentlich noch zwei ok was ich auch machen kann ich kann ja auch jetzt zu Mika Space ich kann ja auch zu Mika Space machen das ist zu schwer das ist zu schwer das ist zu schwer so ich mache ich glaube am besten ist es echt erstmal ein bisschen abzuwirken und erstmal nichts mehr tun also wir müssen wir zur Base zurückkommen ich hab jetzt echt Angst man ich hab echt Angst jetzt ich hab kein Holz mehr ich hab nur noch ein Stick Tja da war ich leider vor das Blatt ach man 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 also wenn wir noch diese Sachen haben werden wir wahrscheinlich auch mhm die wieder hierher kommen ein bisschen vorm bisschen wie dein Dierschwert oder ne ne wir gehen nicht auf Dierschwert wir gehen erst die Rüstung und Eisenschwert eigentlich brauche ich das schon wieder zu kommen man du wolltest doch nicht bestimmt hochfahren oder ich hab deine Base nicht mal gesehen ok ich war nicht bei deine Base wie gesagt doch du hast genau runter lernen sollen doch du hast genau runter lernen sollen man wohrensohn ey wie kommst du da eigentlich immer hoch hm hm wie kommst du da immer hoch ja hier hab da so ein Wasser noch gemacht nur Moment da unten die mach ich's auf die machst du das auf ich hab einfach den Block weg da runter gemacht und dann komm ich eben runter dann komm ich eben runter und hoch hoch schwimmen hä wieso hab ich das denn nicht ach keine Ahnung man ich war hier in der Hölle deswegen hab ich's nicht aufgemacht und nicht nichts 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 sagt es der Facht nichts ich weiß noch gar nicht ob er mich überwinden auf einem hört weil ich immer weiter hinten und dann wie er weiter vorne naja das wird schon passen aber du bist einfach so ein wichtiges hundekind löwenkind müssen löwe kind auch essen mann hier war ich mal hier war ich mir geil kannst du mir essen gehen und darf ich mir essen holen die ersten holen ich bin nicht so viel ihr ein halbes deck brot so hatte ich noch bevor ich gestorben bin Gioehrins amplachtrupplohrer amnisch die russel oder so ich schehte keine Rüstung ich ich ein Traum ist ich habe nicht gemerkt ich hier muss doch da hinten weißt du wo ich wo meine Base war ja hast du die Kartoffeln abgebaut nein guter Junge bist du wieder bei deiner Base ja gut sag dir wahrscheinlich äh ich kann mich auf dem Part beenden 15 Minuten alles klar warte ich ziehe ich ja ja warte 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 so also klar ich beende jetzt gut Leute das war's für den Part 2 Minecraft Battle Folge keine Ahnung ich bin auf jeden Fall tot ich war First Blood tut mir leid äh ja wenns ich mir das kann taunt wenn ich dann nicht bis dahin ciao